Augmented Reality. Das nützliche Plus an Informationen direkt im Blickfeld der Windschutzscheibe. Allgemeine Verkehrsinformationen schweben gut sichtbar im unteren Teil der Frontscheibe. Navigationshinweise scheinbar direkt auf der Straße führen komfortabel zum Ziel und Fahrerassistenzsysteme informieren einfach im Kontext der Situation. Sei es die Erkennung des vorausfahrenden Verkehrs, die Warnung vor drohendem Spurverlassen oder einer kritischen Annäherung. Unser AR-Head-Up-Display schafft mehr Komfort und sorgt für einen noch besseren Überblick.